So, jetzt spreche ich in das Original-Mikrofon, respektive ich sitze normal vor dem iMac, vor dem 27 Zoll iMac und die Mikrofone befinden sich ja an der oberen Kante und hinten. Was mir aufgefallen ist, es gibt so ein kleines Hallgeräusch, also so ein, ja, halt wie in einem Raum drin. Das ist jetzt der Mikrofontest vom Original-Mikrofon vom iMac 27 Zoll. Hat dir das Video gefallen, gib mir doch bitte einen Daumen hoch und schreibe doch unten in die Kommentare, welche Mikrofone das du benutzt und vielleicht kannst du ja da auch einen Tontest reingeben. In diesem Sinne, viel Erfolg uns allen!